Hallo liebsten Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Crossout in der Open Beta mit Seras und Kiryu. Servus. So, was kannst du trollen? Du kannst total die schwerbewerfenden Sachen bauen, wenn du halt überhaupt nichts am Chassis baust. Ja, stimmt. Boah, mein Auto ist gerade echt nicht so gut. Fährt nicht so wirklich gut. Sieht aber besser aus. Naja. Ich hätte gerne einfach meinen Bloodhound. Boah, Dreck, der hat 5 MGs. Jetzt hat er gar keine mehr gleich. Oh, ich darf mich nicht von dem ziehen lassen. Naja, Kevin soll es auch zurückkommen. Ah, ist down. Wow. I think I lost something. Oder EDA. Kevin, so sieht es viel besser aus. Ja, ne. Oh Mann ey, die machen uns ganz schön rund. Warum machen die uns immer rund? Warum machen wir nicht jemanden rund? Ich bring ein bisschen was mit. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Komm schon. Ich hab keine Waffen mehr. Gib ihm. Ja. scheiße ich konnte nicht mehr killen aber der hat mich einfach über einen haufen gefahren der typ durch so jetzt bin ich level 3 sehr schön dann können wir demnächst die andere mission anfangen ja wir können auch jetzt eine machen oder machen wir erstmal hier weiter stopp ich glaube wenn wir jetzt noch mal gegen die spiele können wir gewinnen die waren die waren nicht so gut die jungs da ist was drin leute da ist was drin endlich mal wieder grün geht auch vom powerscore her besser der kiste habe ich keinen motor eingebaut das merkt man richtig frontal angriff schieb unsere ganzen leute rum deine waffe kannst du vergessen kollegen komm die räumen mal auf da drüben ich verstecke mich hinter dir könnten auch cappen gehen aber wahrscheinlich kommen sie dann alle angerannt opfer auch wenn man die jungen drängen mich doch nicht ab und rein in den salat Oh der hat auch keine Waffen mehr. Jetzt haben wir sie aber ordentlich platt gemacht. Tja, jetzt wo sind die zwei letzten? Das hier bei mir ist einer. Ja statt in War Thunder hole in the left wing habe ich hier lost left wheel. Ah, sind beide bei mir gewesen. Wo warst du? Rechts in der Ecke komplett oder wo? Ah ich sehe sie. Ja ich sehe sie. Sind die abgehauen? Ja, sind sie. Haha, viel geklaut. Neu. Also so schlecht sind die nicht, die Schrotflinten. Sollen wir gerade hier drin bleiben? Können wir machen, ja. Bisschen Farm. Oh mein Gott, du bist der MVP. Yeah. So gehört sich das. 6.900 Reputation bekommen. 6.400. Ja. Ich habe jetzt schon meine fünfte 76 Millimeter Kanone gekriegt. Frech. Was soll ich damit? Die sind zu schwarz. Und ich habe so... Ich habe vorhin schon eine Tablette genommen. Das hilft manchmal nicht. Nee. Wollen wir außen rum fahren? Ja, wie immer. Farblich steche ich voll raus bei euch. Wieso? Rot. Wollen wir alle grün haben? Ich habe kein Grün. Ich habe Gold. Old is Gold. Er sagt, du hältst das immer noch durch mit dieser hässlichen Sache. Oh ja. Komm, wir cappen einfach mal nur ohne. Ja, dann würde ich sagen, cappen wir einfach nur. So. Diesmal sehen wir wenigstens ein paar Leute. Nee, das geht nicht, Kevin. Das geht ja nicht. Ja. Da kommt einer. Da kommt noch einer. Ja, gut, die Runde haben wir gewonnen. Ja, gut. Das ging relativ schön. Schade. Ich hatte gehofft, ihn zerstören zu können. Na, das hat jetzt leider nicht so wirklich viele Punkte gegeben. 1700. Flawless. Ich habe im Gefecht null Schaden bekommen. Nicht schlecht. Ich stand halt direkt vorne. Reputation gab es halt zu gut wie nichts. Neuer, 1700. Ja, mich auch, aber mehr. Level up. Sind wir gerade aus der Lobby rausgeflogen? Nee, das ist einfach nicht. Wir sind noch in der Warteschlange, aber das passiert manchmal. Das ist auch damals auch schon passiert. You are doing well, Wanderer. You have been in few battles. Blablablablablablablabla. Jetzt können wir auch eine andere Warteschlange nehmen. Ja, gut, dann. Ich bin jetzt Level... ...nicht 3. Kevin. Ja. Du Noob. Jetzt mal. Ich bin ready. Kevin, wir müssen uns in die Schlacht machen. Ja, bin ich doch gerade dabei. So, hol die Schrottflinte haben wir jetzt, ja? Was? Die zweite Mission müssen wir jetzt machen. Gut. Get the shotgun. Yeah. Aus der Seite ist er bei mir jetzt eben erst Freddy geworden, ja. Schlili. Kein Cut. Uuuuh. So hoch sind die jetzt auch nicht. Nee, aber wir haben... Aber wir haben... Aber wir haben... 1.111er. Oho, guck mal wie der Kevin wegfährt, wie cool er sich fühlt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihn umwerfe. Das machen wir nicht. Ja, ja. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Ich habe mir das noch nicht geplatzt. Ich kann da nichts machen auf die Entfernung. Ich schieße einfach alle mal an, dann kriege ich Abschusshilfe für jeden. Ist so die Idee. Das klappt halt wirklich, ne? Du musst nur einmal treffen und kriegst eine Abschusshilfe. Ich habe auch einfach mal mit der Schrottflinte drauf gehalten. Da trifft man ganz viele immer. Boah, ich finde das ein bisschen ätzend, dass man rückwärts so langsam ist. Mhm. Und da geht's los. Abschusshilfe, Abschusshilfe. Alter! Was hat mich denn da weggebröselt? Ich brauche einen Flip. Ich brauche einen Flip. Dankeschön. Die erobern unsere Basis. Gleich mal zwei Kills geklaut. Die erobern immer noch unsere Basis. Ja, ich muss zurückfahren. Alter, warum fahren die denn alle in die falsche Richtung, die Volldeppen? Ich komme viel zu langsam hinterher. Ja, ich schaff's auch nicht. Ich war ja noch viel weiter weg als ihr. Nee. Du warst viel näher dran als wir. Ich habe den Gegner umrundet. Nee, du warst aber viel näher gerade an den Gegnern als ich. Äh, an unserer Base als ich. Loll, und der mit 1113, der kleinste, ist der stärkste von uns. Ja, einer von uns hatte, glaube ich, sogar den Granatwerfer drauf. Hat er sich zumindest so angehört? Was ist jetzt los? Wir sind jetzt gerade rausgeflügen. Du musst dich erst autorisieren. Ah, das hatte ich vorhin auch. Geht's? Waiting in lock-in. Ah, ja, das hatte ich vorhin auch. Es wird jetzt einen Moment dauern. Währenddessen gucke ich mal, ob ich noch was umbauen kann. Ich will eigentlich meinen Motor wieder reinpappen. Daher, dass das Matchmaking gerade eh total Banane ist. Kann ich da auch noch einen Motor reinhauen. Wie viel geben die Reifen? 60. 4x60. 240. Wie viel geben die hier? 40. Ach, die können wir eigentlich auswechseln. Gleich bin ich wieder so weit, dass ich einfach diesen Bloodhound nachgebaut habe. Boah, das dauert ja ewig. Hm, das hatte ich vorhin auch. So, ich bin jetzt bei 2500. Das geht auch noch. Ein bisschen Kosmetik noch pfeilen. Welcome to Crossout Beta. So, Spoiler auf dem Motorblock direkt drauf. Das macht bestimmt Spaß. Wobei, wir können hier so ein bisschen... So, bin wieder drin. Sehr gut. Wann mach ich? Sofort ready. Nur kurz mein Auto noch ein bisschen... ...zupappen. Was? Davon habe ich nur ein Teil? Soll das ein scheiß Scherz sein? Wie ich es hasse. Hä? Davon habe ich doch zwei Teile. Das ist kransch. Gut, dann noch das da hin. Oh, jetzt bin ich bei 2600. Das ist nicht so gut. Dann lassen wir das hier doch mal weg. So, ich bin auch wieder ready. Schöpfen. Ja. Durch die Open Beta sind es wirklich doch ein paar Spieler geworden. Ei, ei, ei. Nicht schlecht. Yo, jetzt habe ich wieder eine ordentliche Mutter drin. Schauen wir zu Kevin rüber oder warten wir? Oder anscheinend nicht. Kevin, willst du rüberkommen? Ich komm zu euch. Nee, Donuts. Oh, hi. Oh, fuck. Tja, das war ein schnelles Vergnügen für den Kollegen. Hehehe. Mich hat es aber auch ganz schön zerfickt. Oh Gott, was für eine dumme Konstruktion hatte der denn bitte drauf. Ja. Achtung, da kommt noch einer. Von da war eben einer. Ja, genau da. Da, 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 da. Kann ich mich irgendwie heilen? Nee. Der ist nicht wie in... Ja. Der heißt wieder Robocraft. Wir haben Kevin verloren. Wir haben mich verloren. Ich fahre nur ganz leicht anderen Weg. Ey, ich glaube, wenn mich einer anhustet, bin ich fällig. Ich wollte dich grad schielten. Ja, ist ja in Ordnung. Okay, dem einen habe ich zumindest mal alle Waffen weggeschickt... Gesch... Geschossen. Lebst du noch? Naja, ja. Du lebst noch, aber es ist kein schönes Leben. Ja, ja, jetzt haben sie mich erlöst. Wer lebt denn von uns noch? Ja. Wagner und Melanzio. E-Med, Modest. Modest, Wagner. Wagner, die waffenlose Barbecue-Po... Äh... Ja. Du musst dich erst autorisieren. Oh, jetzt hat Kevin den Bug. Sehr schön. Ja, ich bin eben rausgeflogen. Ei, ei, ei. Was macht der denn da? Oh, der ist fast down. Sehr schön. Ja, den habe ich vorhin ganz schön eine reingezwibelt. Warum fährt der dem nicht nach? Warum fährt der dem nicht nach? Und unser Waffenloser fährt ihm nach. Und unser Waffenloser fährt ihm nach. Hm... Haben wir jetzt verloren? Zeiter Bluff. So, jetzt müssen wir raus. So, die Garage. Ja, gut, die Folge ist ihr vorbei. Es kommt schon hin. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao. Ich will.